Servus, ich bin der Patrick von Fischer und heute möchte ich euch gerne die wichtigsten Punkte zu unserer Fitness-Sport-Kollektion erklären. Alle diese Skimodelle, die ihr neben mir seht, sind in der Efficient-Forward-Technologie produziert. Das heißt, der Ski hat eine sehr weiche Schaufel und ein sehr weiches Ende und ich finde damit einen sehr, sehr leichten Kick. In diesem Fall ist es sehr, sehr gut für Langläufer, die nicht so eine gute Technik haben. Auch zutreffend für alle Modelle ist die Vario-Crown Steighilfe. Single-Crown vorne heißt, ich habe ein sehr gutes hineingleitendes Skis. Double-Crown in der Mitte der Steighilfe heißt, ich habe wirklich sehr guten Grip und Single-Crown am Ende bedeutet wiederum, der Ski gleitet sehr gut, ich habe aber hinten raus doch noch eine gute Steighilfe. Zudem ist die Crown Steighilfe immer sehr einfach zu pflegen. Bei der Fitness-Sport-Kollektion verwenden wir das traditionelle Längenkonzept. Das heißt, wenn ich ein bisschen sportlicher unterwegs bin, wenn ich schon längere Schritte laufen kann, dann gibt mir der Skier sehr gute Führung und dadurch sehr, sehr gute Gleiteigenschaften. Die Skier, die neben mir stehen, möchte ich euch jetzt noch erklären. Unser Einstiegsmodell ist der Sports-Crown. Das ist eine Air Channel Konstruktion mit einem Pappelholzkern drinnen. Wenn wir mit diesen beiden Modellen weitergehen, Fiber Crown und Ultralight Crown, dann haben wir da zwei Modelle, die sich technisch nicht verändert haben. Ich habe eine Cap-Konstruktion bei beiden Modellen. Die Modelle sind schon sehr, sehr leicht und natürlich haben die Skier in dieser Saison ein neues Design. Ein Highlight in unserer Fitness-Sport-Kollektion ist immer der Superlight Crown, einer unserer meistverkauften Skier in der gesamten Kollektion. Ich habe hier schon eine Air-Core Konstruktion drinnen und einen Side-Cut, der für sportlicheres Langlaufen geeignet ist. Und das Top-Produkt in der Kollektion Fitness Sport ist der Supreme Crown. Wir haben hier eine volle Air-Core Konstruktion drinnen. Das heißt, wir verwenden da eine Kerntechnologie, die wir auch im Weltcup anwenden. Und mit dem sehr schmalen Side-Cut habe ich da natürlich einen Ski, der für sehr sportliches Langlaufen schon geeignet ist. An dieser Stelle, darf ich euch nur viel Spaß wünschen, geht's raus zum Langlaufen! Subtitelt IG